Ich dachte gerade so, wer ist das? Hey! Der Fehler, Fehler von dem Mann! Hey warte mal, ich muss Malti noch einladen! Fällt mir gerade ein! Der ist doch drin oder nicht? Nein, ist er nicht! Warte! Was ist denn? Malti is pregnant! Malti is pregnant! Was ist Malti? Was ist Malti? Raphael? Raphael? Ah! Ah! That was so funny! Stop it! Ich rufe aus dem schönen Fühler! Ah, er guckt mich da grün, du Hurekind! Ich hoffe, du bekommst Krebs! Jo, Mann! Gebt mal in den Rahmen uns dann zeigen! Das war so komisch aus! Könntet ihr bitte vielleicht nicht alle 200 Mio verschiedene überleiteneinander reden? Danke! Hab den letzten, yay! Oh, nicht, Schatz! Nein! Leckt ihm seine Maus oder zittert der? Ich glaube, er hat eine Elepsie! Können wir noch gewinnen? Ist das möglich? 2 zu 2? Können wir noch... Können wir gewinnen? Ich bin alleine B! Ich glaube, ich werde schwanger! Du bist alleine A! Der kann einfach die Kolzen! Das ist zum Behinderten! Was? Ich hab die Kundschule versagt! Ich hab das ABC nicht mehr hinbekommen! Äh, C... 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 B... A... Da drinnen sind zwei! Okay! Okay! Alles WB! Cockblock mich nicht mehr! Meilti, sie ist nicht so positiv! Sie ist HIV positiv! Sie ist HIV positiv! Cockblock mich bitte nicht mehr hinten! Fuck! Ich hab nen T-Mate umgebracht, ne? Ja, ich war's! Danke! Dann guck's mal, das ist so feinlich, wenn einfach... Ich... Aaaah. Und was hat der mit seinem gran Giamaffst? Echt, ich spann das übel jetzt an, aber das tut uns übel zweier nach ner Zeit. Ich...ja, ich hab ja schon eingetötert... Jaaaa...ich frage mich nur wie das war. Nein, nene, 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 nene! Nee, nene, nene, nene! Kriegt der inclu Zeit Zeit! Zeit Zeit, ist Zeit! 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 Ja, wird's noch, wird noch Discovery Channel für Behinderte Kann grad eh nicht Discovery Channel für Behinderte? Jaaa, sorry, dafür gibt's schon Channel Cousins Aber da ist doch schlecht, der Typ Kannst du aufhören, deinen Teil umzuschalten, danke Get down Nanananananana Ich sag dir, wir gewinnen noch Da ist einer Tante im Gang Ey, aber ich will nicht, dass ich in der Aufnahme... Shut the fuck up, no one can Das ist nicht lustig, ich habe eine ernste Behinderung Du musst dir vorstellen, die nehmen das ja alles auf Stell dir mal vor, ein erwachsener Mann geht an das Mikrofon und ich muss einen Sound von dir geben, einfach irgendein Sound Was macht der? Shut the fuck up! Ich hatte meinen Kindergarten bei jemanden in seiner Schule, so ein Typen der hieß Merlin Ne, wie Merlin der Zauberer, ich weiß nicht wieso Und sein Bruder hieß Delion Wie so ein Dämon, es gibt einen Dämonen als Delion Und die hatten eine Schwester, die hieß Silvana oder so Und die dachte, ihre Mutter wäre eine Hexe Ich dachte mir noch, ja, Inzest Und dieser Merlin, der war so angeklischt bei einem Mobber bei uns Dass er beim Essens-Tisch, der musste nur mal erwarten, dass er Essen kam Dass das Messer gelacht hat und den Mobber erstechen wollte mit einem Stumpfenmesser Mittlerweile so ein bisschen auf Instagram-Card Gary, kannst du mich unten verlinken? Nein Ähm Ich sehe ziemlich viel, da ich meine Helligkeit auf Maximum ist Bei mir ist die Hand hoch, aber... Ach, darfst du das? Ach, da bist du dafür Ach, da bist du... Oh, scheiße Alter, ich bitte Bunny auf Skript sagen Run Ich weiß ja das nicht mehr Ich sehe fast gar nix hier Nein Ja, dann halt das mal 6 Minuten durch Jeremy Ich glaub, es wird wärmer Alter, so knapp Jetzt ist es kälter Jetzt wird's wärmer? Wärmer? Heiß! 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 Ach ne, nicht, bitte die Messie-Bude Was ist das denn hier an der Tür? Heiß! Ich glaub, das... Ach so... Heiß! 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 Ach ne, nicht auf Abtreiben! Ich stehe nicht so auf Abtreiben! Weil die Hellmusik einfügen Heiß! 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 Nice, nice! Ah, mein ganzes Lebenszahen bin ich vorbeigezogen! Der war sehr nah, der Treppen, 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 Treppen! Was ist das für ein Staubsau? Ähm, 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 er ist neben mir gewesen Das war ich mal AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Schaff... Nein! Das machst du. Natürlich machst du das. AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Jaaa...Jetzt ist er vergewaltig. Während mir jetzt alles kommt unerwartet wie die Schwangerschaft. Wir sind wieder QUIT. ...bezüglich des Erschreckens. AAAAAAAAAHHHHHH Ehehehe- E-Mail reinschauen? Mühe. Hey, Toro-Schmühl. Monopolarspül Astrophobiespül Ausländerspül Syrisch Evangelisch Katholisch, Katholisch Ich chill mal so kurz ne Jungs Tschüss Viel Spaß macht jemand suchen Tring Tring Klapp gefunden Hahahaha Hahahaha Da schreit Hahahaha 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 Der schreit Hahahaha 40 decibel oder sowas Ich lauf grad in jedem Kreis Du bist der Kreis Hehehehehe Au Hat meine Gefühle verletzt Alter Der Verfolgungsjagd Der hat grad die Türgekock blockt Der hat grad die Türgekock blockt Natürlich halt mir ist gut Freut mich Gah Gah Oh schuld Oh schuld Lass die Hexenjagd beginnen Ich dachte eben bei mir bricht der Boden zusammen oder sowas Ich dachte eben bei mir bricht der Boden zusammen oder sowas Guck mal die Erleichter Das schwekert ja viel Na Flashback Ich such den gerade weil Muss ich mal was austesten Ich hab doch gesagt meinen Jeremias komm mal zu mir Wo bist du? Geh mal zur Tür rein links Ähm nein ich mach mal nicht Da wo die Tür offen ist da bin ich Oh man sieht das von AHHHHH 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 Vielleicht prankt er dich Der ist hinten Der kommt Dann nutze ich mal die Gelegenheit hier weg zu gehen Ich hab es mich mal auch danke Jeremias dass du ihn angelockt hast Na hhhhh HHHHHH HHHH HHHHHH Helaaa Cyclops Aber do you have something to let me be a lesbian? Ja ueah Ich bin eine Milchgeburt Na verdammt OHH HPE Ja weißt äh Martins Weg zur Küche sind ähm Es kann sich mir klar Prosensieren Wir sind Sion Why are you lying? Why are you always lying? Why are you always lying? Oh my god Why are you fucking lying? Was? 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 Hold your mouth What the fuck are you doing?! Why are you lying? Why are you lying? Hey, where are you, Daniel? Okay, let's go Ding 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 Scheissmusik You have to stop that Stop it Stop it Oh my god Oh my god Ich fühl mich grad wie mit den 50 dollern Oh yeah Warte Ich mach dir die Musik an Wow Ich mal schauen Wow Ich kann Daniel nicht trauen Ich schieße dann nach mir Ich schieße dann nach mir Daniel, hör auf damit So, jetzt ist es wohl Ich muss jetzt warten Bis Daniel, das Schlafen treiben uns rauslässt Ich hör doch meine Idee für den Server Stop Oh my god Ich schwitte mal Hier bleiben Hier, hier Ich meinte hier Nice, rail me boah hat krebs und reporten ja gehen zehnjährigen alljährlichen hungerspiel nicht mach einfach mal machen wir ja dann ist das nicht tun ist das ist ja aber das spielt mir doch bei danny nichts komm nicht zu nirg es geht frei weil ich in meinem schade zurück hey senor machen sie tur zu senor Ich bin auf Kacke. Es schlägt aber noch eine. Senor, bitte, bitte, Senor, was macht man sich? Senor, sie hat mir weh. So. Ich bin bei 6. Ach, Daniel ist auch wieder auf 2. Ja. Ja, natürlich nicht, Daniel. Irgendjahr, das ist das Mädchen, wo ich dir erzählt hab. Das Mädchen. Okay, ich hab unser Tobacco überfuckt ein. Riesenlödel. Wollt ihr warten? Mhm. Can't wait to see this. Okay. Oh, God, no! Oh, fuck! What the fuck? Oh! Oh, God, no! Oh! Oh, my God, that is fucking... Oh, yeah!